Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man den Hauswasserwerkdruck einstellen kann, was einfach mit dem sogenannten Druckschalter bzw. Druckwächter möglich ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Unser Hauswasserwerk habe ich in einem extra Video schon mal richtig angeschlossen. Auf der linken Seite hängt der Brunnen dran und hier oben geht das Ganze in unseren Garten zu einem Wasserhahn, wo ich jetzt zu der besseren Veranschaulichung mir auch schon mal so einen Gartenschlauch hergezogen habe. Das Prinzip von so einem Hauswasserwerk ist das, dass wir hier eine Pumpe drin haben. Die Pumpe baut einen entsprechenden Druck in unserem Kessel auf und durch diesen Druck können wir dann natürlich auch das Wasser aus dem Brunnen zu unserem Gartenschlauch befördern. Fällt unser Druck bei Wasserentnahme unter den sogenannten Einschaltdruck, im einen Fall sind 1,5 Bar voreingestellt, dann erkennt unser Druckschalter hier das sofort, schaltet die Pumpe wieder an und dann steigt der Druck natürlich auch dementsprechend wieder an. Bis zum sogenannten Ausschaltdruck, in meinem Fall sind da 3 Bar voreingestellt und das erkennt natürlich der Druckschalter auch, denn dann schaltet er die Pumpe wieder aus. Diese zwei Schaltpunkte können wir natürlich mit dem Druckschalter gleich noch einstellen und du solltest zuvor aber auch wissen, dass normalerweise der Druck hier für eine Gartenbewässerung vollkommen ausreichen sollte und wenn wir den Druck jetzt gleich erhöhen, dann muss das Ganze natürlich für unser System auch geeignet sein. Und bei zu hohem Druck kann es im schlimmsten Fall auch sein, dass natürlich die Lebensdauer von unserem Druckschalter deutlich geringer wird. Jetzt aber genug geredet. Zuerst einmal sollte ich auf jeden Fall den Stecker aus der Steckdose nehmen, dass wir hier stromlos arbeiten können und dann können wir hier vorne mal mit einem passenden Schlitzschraubendreher die Schraube gegen den Uhrzeigersinn lösen und danach unser Gehäuse auch schon ganz einfach nach vorne entfernen. Darunter befindet sich eine große Feder, welche einfach für den Einschaltdruck P zuständig ist. Hierfür ist übrigens auch das P auf der Seite und die kleine Feder, welche sich etwas unterhalb bzw. bei mir links daneben befindet, die ist für den Differenzdruck Delta P zuständig. Klingt erstmal etwas verwirrend, doch das ist einfach der Unterschied zwischen unserem Einschaltdruck und dem Ausschaltdruck. Bedeutet 3 Bar minus 1,5 Bar und wir haben auch schon einen Differenzdruck von 1,5 Bar. Zum genauen Einstellen benötige ich übrigens auch noch einen passenden Steckschlüssel, denn das geht so, dass ich hier vorne ja eine Mutter habe und möchte ich jetzt zum Beispiel den Einschaltdruck erhöhen. Dann muss ich das Ganze einfach mal im Uhrzeigersinn, also hier außen auch Richtung Plus drehen, wodurch die Feder gespannt wird und der Einschaltdruck sich erhöht. Und möchte ich das Ganze aber verringern, dann müsste ich natürlich gegen den Uhrzeigersinn Richtung Minus drehen. Ich möchte meinen Einschaltdruck aber mal von 1,5 Bar auf 2 Bar erhöhen, weswegen ich das Ganze im Uhrzeigersinn drehe. Wie stark die Feder für einen Einschaltdruck von ca. 2 Bar gespannt sein muss, da muss man einfach mal etwas herumprobieren und wenn du das Prinzip jetzt von diesem Druckschalter verstanden hast, dann ist ja jetzt nicht nur der Einschaltdruck auf 2 Bar gestiegen, sondern auch unser Ausschaltdruck von 3 Bar auf 3,5 Bar, da wir unseren Differenzdruck hier unten nicht verändert haben. In meinem Fall möchte ich aber, dass der Ausschaltdruck nicht bei 3,5 Bar liegt, sondern bei 4,5 Bar, weswegen ich mal den Differenzdruck von 1,5 Bar auf 2 Bar erhöhen muss. Und somit muss ich natürlich auch hier unten diese kleine Feder einmal etwas im Uhrzeigersinn noch spannen. Zum Testen das Gehäuse bitte wieder aufsetzen und natürlich auch festschrauben, dass wir da nicht irgendwie aus Versehen an elektrische Bauteile kommen können und danach dann auch den Stecker wieder in unsere Steckdose hineingeben. Wir sehen, die Pumpe hört jetzt nicht bei 3 Bar wie zuvor auf zu pumpen, sondern probiert natürlich noch auf unsere 4 Bar zu kommen. Und sobald wir Brunnenwasser entnehmen, können wir toll erkennen, dass unsere Pumpe jetzt nicht wie zuvor bei 1,5 Bar, sondern sogar schon bei 2 Bar einschaltet. Und somit haben wir jetzt auch schon den Druck bei unserem Hauswasserwerk richtig eingestellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so ein Hauswasserwerk, einen Trockenlaufschutz oder natürlich auch einen neuen Druckschalter dazulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.